hallo und ja willkommen zurück wo man stehen geblieben glaube ich hier muss doch irgendwie auf das rohr aufkommen oder irgendwie muss das gehen hier ist alles am krabbeln und kribbeln ich komme ich darauf irgendwie muss das funktionieren das loch ich von da wahrscheinlich darauf kommen dass wir uns gleich angucken ich sag mal die weder ist mal nach hause und dann zurück abgeben dann bin ich immer der meinung wenn man auf den holzstapel an der seite geht kommt man noch von der anderen seite rein so einmal aufgeladen hier nicht was du das 15 ende jaja hier wenig viel auszustehen ja der plassenbruch sagt oh was zu essen noch bei ähm okay spinnys aber die lassen wir erstmal bekanntlicherweise links liegen tschüss nö nö ich habe jetzt keine lust auf euch mal so ähm komm laufen sie mein herr laufen sie Oh, hier ist es. Liegt immer noch verdorsen unterwegs, ne? Dann machen wir das halt schnell so. Bidum, bidum. Ab nach Hause. Ne, da sind die Spinnen. Gab es nicht noch einen Mixer hinten in der Hecke? Ich wollte dir eventuell noch ein paar Fackeln hinstellen oder ein paar Lampen. Bidum, bidum. Bidum, bidum. Okay. Gibt hier noch was? Ja. Erstmal noch Ruhe trocknen lassen. Gibt hier noch was? Bidum, nö. Sehr gut. Ähm. Die Reste. Ja. Hm, 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 hm. Was machen wir den Stein mit rein? Was sind denn die? Ich hab halt eine Schaufel in der Hand. Hier. Bist du mit rein? Oh, Nägel. Nägel sind so widerlich. Je. Die. Hm, da hin. Pinienzapfen. Das ist nicht das Problem. Zeckenzahn auch nicht. Ich hab' mir Haut. Nur mehr Zehennägel besorgen. Hier ein rostiger Speer. Den wollte ich ja sowieso haben. Okay. Können wir den jetzt noch etwas... schlöder Schleifstein. Das können wir noch garantiert hin. Oder Schleifstein. So. Oh, noch drei. Äh, hm, hm. Sollten wir uns eventuell noch überlegen. Erstmal. Tauschen wir ihn aus. Äh, ditt, 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 ditt. Kommt's in die Ausrüstungskiste? Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn noch? Äh, ein Waffen. Das Großschwert haben wir. Wird weiter schneller, aber man kriegt Lebensraum. Da ist der viel schneller. Okay, wir brauchen noch ein Puzzleteil. Brauch' mehr Lampen. Ich brauch' dahin noch nicht mehr Lampen. Lampen. Oh, ein Träumchen. Können wir nicht noch eine Wandlampe hier hinlegen? Irgendwo. Das klingt nach dem Plan. Und ansonsten, was kann man noch machen? Jetzt geht mir das okay. Warte, naja. Könnte ich bauen. Will ich aber nicht. Wettere Rüstung. Geben einen nicht rote Ameisen? Genau. Rote Feuerameisenhelm. Geben einen, der, geht denn hier nicht Geschwindigkeit? Kommission. Okay. Wollte ich mal sagen, nehmen wir uns hin. So. So, reich noch im Inventar. Genau, einmal das trocknen. So. Wo hauen wir jetzt die Haut mit rein? Hier. Jetzt kommen beide Steine mit rein. Komm mit rein. Da mit. Brauchst du noch? Auch nicht mehr allzu lange. Okay. Wie los? Die große Ameisenwanderung? Na, wie lange brauchst du noch? Jetzt ist wieder Bock hier auf irgendwas. Was? Na? Weg dir. Dankeschön. Ja, der ist nicht verkehrt, der Spör. Der ist gut. Guck mal her, mein Freund. Headshot, baby. So, er ist fertig. Sehr schön. Ähm, du kommst da rein. Nein, nicht milden Brotlaib. Bleib soll mit. Gut. Ich bin gerade erschrocken. Kann ich mir auch die Dinger angucken lassen? Wir haben doch hier so ein... Genau. Hier kann man sich die Ressorts angucken lassen. Okay, ja, das sind dann die roten Punkte. Hey, da soll ich erstmal zu dem hier gehen müssen. Lorna Burgership. Okay. Das kriegen wir doch hin. Ist das denn jetzt fertig? Gut. Hätten wir mal was zu essen. Ähm. Jetzt die beiden, ähm... Spinnen da hinten liegen. Ich möchte mich mal am Baum unten umgucken. Ah. Vorbeugsspinnen habe ich jetzt auch keine Angst. Bär. Liegen jetzt ausgerüstet. Okay. Schnelles Essen werde ich euch damit erlegen. Läusebraten. Läusebraten. Das ist ein cooler Tipp. Oh, du bist infizierte. Ah. Können wir uns mit der mal anlegen? Hätten wir mal anlegen. Hätten wir mal anlegen. Okay. Krisch salzig, scharf. Aufbrechen. Okay. also ruhig bei der ich der hier das hier brechen was sie mal auf was passiert ok ich bin da war es auf jeden fall machbar kommen dass wir holen wir uns jetzt ein bisschen bock drauf legen sie mit marienkäfer an deine arme also ein problem haben ich mache den respawn hier hin weiß nicht das problem mein mann 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 so nicht mehr freund denn wo ist das infizierte ding wir müssen vorher noch ein paar perks umsetzen ich war noch auf schwert weg dankeschön ich fiel hole ich mir ist immer noch da ich kack viel hole ich mir was schlimm ist nur dass sie platzen denn das ist viel status brauche ich nur das ist so Komm, ich probiere das. So bin ich mein Kumpel. Na komm. Alter. Du bist eine Nummer zu groß für mich. Okay, ich hab's begriffen. Nee, nee, so wird das nix. So wird das nix. Okay, hast verstanden. Äh, nee. Wertmeister. Können wir ihn noch irgendwas anderes nehmen? Der Schmetterer. Ich bin viel leichter. Ah. Okay. Kleiner... Wir sollten uns das erstmal gucken. Giftresistenz. Okay. Komm, einmal geht noch. Einmal geht noch. Die doch irgendwie kaputt kriegen. Das Problem ist nur die Explosion. Ja, der Rucksack muss man auf jeden Fall wiederholen. Ja. 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 Können wir das Vieh nicht irgendwie... Können wir das Vieh nicht irgendwie... ...irgendwo hinlocken? Können wir das Vieh nicht irgendwie... ...irgendwo hinlocken? Das ist schnell. Ich muss das mal ein bisschen schwingen. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Na komm schon. Na. Das wie springt. Oha. Na komm. Nee. Das Vieh ist einfach nur noch mal zu groß. Dann ist noch mal mein Rucksack wieder und dann. Oha. Das hier muss ich kaputt kriegen. Wird ich das Vieh jemals kaputt kriegen? Ich gucke mein Rucksack wieder. Muss ich echt noch üben. So. Mission Rucksack Retto. Jetzt ist nicht viel drin aber mir geht das auf den Sack. Ein Arsch voll Marienkäfer. Alter kann das Vieh hoch springen. Hm. Hm. Eine Sack. Irgendwie machen wir das wieder. Wir haben doch eine Falle locken können. Wir sind ein Arsch voll Marienkäfer. Hier. Wissen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Mir sehen wir. gibt es hier eine hecke nicht mixe da mixer oder einfach hinlatschen klingt am plan dann schlacht mal die viecher erst mal ja so ein läusebraten noch ein läusebraten bruder mammo nehmen wir das doch gleich mit oh komm mal direkt drauf zu wahrscheinlich bloß ein paar spinnen sein schön da ist oh okay okay genau spinnbrocken die sache ist der mixer hier oder ist er unten dann gehen wir einfach mal hier hoch was ist der wenn denn hier sein da ist er er ist kaputt jetzt nicht geil er ist im arsch okay müsste man erst reparieren wir müssen hier weiter erkunden ein paar glühwürmchen holen müssen die auch langsam mal auftauchen komm her komm greif mich an komm 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 am komm 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 Entspann dich doch mal. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.